Mein Name ist Heidi Lübcke, ich bin die Lebensgefährtin des Inhabers und wir befinden uns im schönsten und exklusivsten Restaurant von Porto Portals in Mallorca. Ich bin Franziska, die Public Relation Managerin aus dem Spoon. Ich nehme hauptsächlich die Reservierungen an, kümmere mich um Special Events, wenn jemand Geburtstag hat, Blumen möchte etc. Ich erfülle die kleinen Extrawünsche unserer Gäste und kümmere mich darum, dass alle einen schönen Abend haben. Unser Restaurant zeichnet die exzellente Qualität des Essens aus. Wir verarbeiten nur hausgemachte und frische Ware. Wir haben so eine vielfältige Karte. Wir haben von Turntiefstatar über Hummer bis hin zum Wiener Schnitzel, Pasta mit Gambas, Polonaise für die Kinder. Also unsere Karte zeichnet sich aus durch gediegene deutsche Küche bis hin zu ganz gehobene asiatische Küche. Wir haben so eine vielfältige Karte. Wir haben so eine große Karte. In den Wintermonaten freuen sich die Leute sehr, wenn wir einfach mal ein bisschen Events machen und da wird natürlich so ein Live-Act gerne genommen. Die Sache ist natürlich die, dass unsere Qualität punktet, aber auch die Gäste wollen den Winter-Action haben und das ist das, was das Wuhn auszeichnet. Wir sind hier in Porto Portals im schönsten Yachthafen Mallorcas. Wir haben wirklich den besten Platz, den man sich vorstellen kann, um einen schönen Abend zu verbringen. Das Wuhn muss man aus diesem Grund besuchen, denn das Wuhn ist das einzige Restaurant, was jeden Tag auf dem Punkt funktioniert.